Also, da kommen die Knie, ich gehe hoch. Mach eins, zwei, raus, Elbow. Versteht? Das ist Knie und Elbow zusammen kombiniert. Ja, also noch einmal, ich zeige es euch nochmals. Wir sind hier, er gibt Knie, ich gehe mich hoch. Hau auf seinen Knie, geh den Knie, raus, Elbow. Okay? Und immer mit Kontrolle. Falls ihr auf die Idee kommt, vielleicht wieder mehr hier was machen. Siehst du, noch weiter, 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 weiter. Danke schön. Ja? Immer Kontrolle. Ohne Kontrolle, wenn ich nichts denke. Das war jetzt so gut, okay? Gerade am Mann. Gerade am Mann. Ja? Guck mal, wenn ich hier bin, ja, und ich versuche irgendwie auf die Idee zu kommen, ich nehme mal meine Beine krank, oder so. Sofort, schau mal, schau mal. Mach, gib mal Druck, mach mal ein bisschen Druck, und jetzt willst du von meiner... Ja, lösen, guck mal. Geh auf meine Beine. Sofort kein Elbow. Aber wie im Wahnsinniger, ja? Nicht zulassen, dass er deine Beine greift, weil lieber. Wenn er deine Beine hat, wird es sehr, sehr gefährlich. Okay? Deswegen musst du hier, legen und zackt haben. Hier und zackt, Druck, Druck, Druck. Hier bist du vier. Jetzt geh auf meine Beine. Zackt. Schau ab. Okay? Und das ist das Signal, schau mal. Das ist das Signal. Hier, komm auf meine Beine. Hier, das ist das Signal. Der Oberkörper. Verstehst du? Ja, Oberkörper ist das Signal, ne? Und dann geht ein Wahnsinniger. Du könntest auch so machen, schau mal. Komm auf meine Beine. Sie sehen? Knie, Knie. Und dabei Elbow. Ja? Muss man üben. Aber aufpassen, dass du ihn nicht verletzen tust, wenn es Knie hoch geht. Wenn er runter geht, weißt du? Du machst Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch. Guck mal, wir haben es mal. Pum. 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 Ich zeig's mal langsam. Kommst du auf mich zu? Pum. Pum. Schüsse? Ja? Ja? Oder parallel. Scheißegal. Ja? Ja? Das geht super schnell. Aber zurückgehen dabei. Nicht da stehen bleiben. Nicht auf dem Punkt, nicht auf dem Punkt, hier stehen bleiben. Und es gut, deswegen fangen die Leute um. Deswegen fangen die Leute um. Weil die nicht wegkommen. Oder? Ja? Eine Frage. Ich zie Stefratzen von? Ja. Da w glad gehen. Ja? 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 Vad Bu ад? Ja? Ja? Ai? Ja? Ja? Vielen Dank.